Wir machen heute einen, wie sagt man, einen Wandertag. Jetzt ist Wintersaison hier in Mayapur und das heißt, es ist, vorhin schon gesagt, es ist so ungefähr Wetter wie Mai in Deutschland und man kann einfach mal rausgehen, man kann einfach mal einen Spaziergang machen, ohne dass einem die Sonne auf den Kopf knallt und das machen wir heute mal. Wir hatten auch in letzter Zeit viel zu tun, Pradyumna hat Hochzeiten gefilmt und Fotos editiert und wie gesagt, den Parigramm und für die Organisatoren von dem Parigramm hat er noch ein paar Videos gemacht, deswegen ist leider unser Kanal etwas zu kurz gekommen, deswegen habt ihr ein bisschen wenig von uns gehört, aber dafür zeigen wir euch heute mal die schöne Countryside, wie sagt man, die schöne Landschaft um Mayapur drum herum. Das hier ist Bambus, da hinten kommt der Senf oder hier vorne auch. In Deutschland gibt es die gelben Rapsfelder und hier gibt es die gelben Senfffelder. Hier entsteht ein neues Einfamilienhäuser-Siedlung. Also Dezember ist hier so Mai in Deutschland. Es ist ein20min. Musta Blek ist zu langen? Oh nein! Es ist 5 Uhr. Mama, ich bin hier mit 15 langen. Ich bin hier mit Stilaussem, es wird zu mehr langen. Super, 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 super. Super, super, super. Super, 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 super ... Super, 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 super langen. Ich darf nicht zu langen, ich muss. Aber wir können viele tolle Sachen sehen. Wir können ganz viele tolle... Wow, guck in das beautiful house! We never saw this kind of house. We never saw this beautiful house. Is it Mati? Guten Morgen. Wir flocken heute. Flocken? Ja, das ist sowas. Wir laufen mit der Kamera und reden dabei. Ach so, das muss wohl was von Ostdeutschland sein. So eine, wie nennt man, so eine Beschreibung. Also wenn ihr noch weiterläuft, dann kommt der Elefanten am Marschieren. Sehr gut. Was haben Sie denn, Abenteuerausflug? Soll ich mal anrufen und mal gucken, ob die überhaupt... Die waren hinter mir, aber... Kann auch sein. Ticket zur Bolle-Debo, hm? Okay, wie hat die geschnitten? Ja, warte mal. Ich kann euch da mal anrufen und dann rausfinden, ob die eventuell hier geladen sind. Okay, die sind woanders hinmarschiert. Na ja. Ja. Keine Elefanten heute. Okay. Hade kischt na Mati. Hade boll. 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 Wir gehen hier so an kleinen Bauernhöfen vorbei und es ist noch ganz ursprünglich. Jeder Bauernhof hat so zwei bis drei eigene Kühe, die dann ganz viel zum Lebensunterhalt beitragen. Also hier wird zum Beispiel der ganze Kudung getrocknet. Dieser Kudung wird benutzt zum Feuermachen, zum Heizen. Auf diesem Feuer wird dann gekocht. Dieser Kudung wird teilweise auch benutzt zum Saubermachen. Kudung verwenden die zum Kochen, weil Gas und Strom ist sehr teuer. Also die haben eigentlich nur einen Strom und ein bisschen Licht. Licht haben und vielleicht manche haben einen Ventilator. Aber hauptsächlich verwenden die eben halt Kudung zum Kochen. Haben sie Ziegen, gibt auch ein bisschen Milch her. Aber klar, viele sind halt auch Moslems, die essen dann halt auch Eier und schlachten ab und so auch mal eine Ziege. Leider. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hinlaufen müssen. Mami, weißt du welchen Weg? Weißt du welchen Weg? Weißt du welchen Weg? Achso, du warst mit Gurkul hier? Ja, aber nicht so weit. Warst du mal mit Gurkul hier? Ja, nicht so weit. Jetzt sind wir weiter, denn ich bin mit Gurkul Jungs gegangen. Du bist halt immer mit dem Fahrrad lang gefahren, oder? Mit Gurkul? Ja, aber nicht so weit. Nicht so weit. Okay, vielleicht fragen wir mal, oder? Könntest du auch so leben, so Devitasi? Also manche Höfe sehen sehr, sehr schön aus. Ganz gepflegt, ganz ordentlich, ganz sauber. Ähm, ich weiß nicht. Also kommt darauf an, wie es sich dann so lebt. Ich sehe es ja immer nur von außen. Ich weiß nicht, ob die auf einer dünnen Matratze schlafen, oder ob die... Jeden Tag auf Kudung kochen. Oh, das wäre schon gut. Kudung kochen. Das wäre schon leis. Jeden Tag ein Feuerchen machen. Auf Kudung kochen. Auf Kudung kochen. Auf Kudung kochen. Einen eigenen Gemüsegarten haben. Ja. Aber halt, ich meine, wie gesagt, ohne Strom. Das heißt halt kein Kühlschrank. Ja, ich meine, die meisten haben ja Strom, ne? Man muss ja vielleicht nicht gleich auf alles verzichten, oder? Einfach ein bisschen einfacher. Papa, kann ich filmen? Du willst filmen? Okay. Auf jeden Fall ist es wunderschön hier. Sehr friedvoll. Sehr friedlich. Und, also man merkt schon, es ist halt einfach eine sehr schöne Atmosphäre hier. Ganz, ganz ungestresst. Ungestresst. Die müssen jetzt Samstagmorgen nicht ihren Rasen mähen vorm Haus. Die haben Kühe, die fressen den Rasen oft. Die müssen ja Rasen nehmen. Hoi. 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 Ja. Warten. Warten rum. Acht. Eben. Acht. Neun. Ich habe mal neun Babyfliegen gefunden. Willst du den mal deine Haare schneiden lassen? Barber. Ich hab keine Haare. Ich könnte mich rasieren. Kann ich mich rasieren lassen hier? Ja, man könnte denken, dass die Leute arm sind. Also von unserem Standard her sind sie das auch. Arm in dem Sinn, dass sie sich nicht so viel leisten können. Aber sie haben alles, was sie brauchen im Leben eigentlich. Ich meine, hier auf jeden Fall. Weil natürlich in Indien gibt es viel Leid auch. Und viel Armut und Leuten, denen es auch schlecht geht. Also das will ich jetzt auch nicht. Das wollen wir natürlich auch nicht sagen, dass es so etwas nicht gibt. Aber was man auch sehen kann, ist, dass wenn Leute hier so einfach leben, dass es ihnen auch gut geht. Sie sehen alle glücklich aus. Sind alle relaxt, sind alle friedvoll. Sie sehen ausgeglichen aus. Lachen immer, wenn man vorbeiläuft. Und ich denke, die haben ein sehr schönes soziales Leben auch miteinander. Und ich denke, teilweise geht es denen mental besser als den Leuten im Westen. Fische. Aber sie essen Fische. Essen Fische. Wenn sie nicht. Wenn sie keine Vegetarier sind, dann sind sie keine Gewotis. Ja, es gibt auch Gewotis, die noch Fische essen. Gibt es auch. Es gibt Menschen, die verehren Krishna. Aber sie essen halt noch Fisch. Was wüsste ich nicht? Du wusstest nicht, dass es nicht gutes Fleisch zu essen ist. Vor allem hast du gesagt, du hast Fleisch zu essen bekommen von deiner Mutter. Krishna lebt auch auf dem Dorf. Das ist eigentlich die Lebensweise. Wir denken immer, okay, wir müssen uns irgendwie fortbilden. Wie heißt das? Fortschritt. Wir brauchen Fortschritt. Und wir brauchen Technologie. Aber das Allerhöchste ist auch nicht Krishna in einem Palast, sondern Krishna in einem Dorf. In einem Kuh-Hirten-Dorf. Und ich denke, da steckt auch so ein verstecktes Glück drin. Wir sind es halt einfach so gewohnt, für uns isoliert zu wohnen. Und Beziehungen aufbauen mit anderen Menschen ist was ganz, also merke ich auch, ist was ganz Schwieriges für mich. Das braucht Zeit und das braucht dann... Andere Seite. Müssen wir hier laufen? Hier ist die Abgräzung, glaube ich. Ist das wirklich eine Abgräzung? Bist du sicher? I know. Chakanat Mandir? Chakanat Mandir? Hier? Ich finde meine Nicht-Vertrauens-Musik. Ja, also immer wenn die, wenn man in der Frage, wo es lang geht, dann machen die immer so. Das kann vieles heißen, alles. Es kann ja heißen, es kann nein heißen. Kann heißen, ist mir gerade egal. Aber ich kenne diesen Weg. Wir sind damals auch mal lang gefahren, glaube ich. Ja, auf dem Weg hierher war eigentlich alles super, 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 super schön sauber. Jetzt sind wir hier wieder in so einem bisschen größeren Dorf. Und dann fängt natürlich auch wieder die Müllhalde an. Der Arme, also der Arme, Gänserich, aber der Gänserich hier, der steht bissl im Müll. Wir sehen nun mal anders aus. Wir gucken halt alle auf uns. Überall ist man fremd. In Indien ist man fremd, weil man hier nicht geboren ist, anders aussieht. In Deutschland ist man fremd, wenn man eine andere Religion angenommen hat. Nein, weil ich Österreicher bin. In Österreicher bin ich. Überall ist man fremd, oder? Wir sind gleich da, Kinder. Wir haben es gleich geschafft. So machen die Straßen in Indien mit Ziegelsteinen. Die klopfen Ziegelsteine kaputt und machen dann feinen Staub drüber. Und walzen das vielleicht nochmal. Dann haben wir den Weg. Bist du nochmal zurücklaufen? Nein, nicht nochmal. Hey, aber Kinder, ihr wart super toll. Wir sind super stolz auf euch. Wir sind jetzt mindestens, waren wir eine Stunde unterwegs? Anderthalb. Eineinhalb Stunden? Ja, um 18.30 Uhr. Echt? Vielen Dank, dass ihr diesen Sonntagsspaziergang mit mir gemacht habt. Dankeschön. Achso, redest du mit den Zuschauern oder mit uns? Nee, mit euch. Achso. Schön, dass ihr mit wart. Es ist ja nicht so einfach, meine Familie zu einem Spaziergang zu überreden. Echt? Wegen den Kindern. Die wollen nie laufen. Immer alles nur mit dem Moped fahren. Okay, jetzt sind wir beim Chakuna-Tempel. Hurra. Jetzt gibt's Frühstück. Ich hätte gerne Kokosnuss mit Malai. Oh, ja. Ich hab dir mal Deus. Einmal, einmal. 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 Boah, lecker. Willst du mal trinken, Mami, ein bisschen? Das ist gut für dich. Das gibt Vitamine. Das ist ja super gesund. Und hier drin gibt's jetzt noch die Kopusnuss, das Fleisch. Das holen wir uns jetzt noch raus und können wir noch essen. Jetzt laufen wir noch nicht mehr zurück, oder wie? Nein. Müde. Wie war der Spaziergang, war man noch? Supergut. Wie war der Spaziergang? Wie war der Spaziergang? Wie war der Spaziergang? Wie war der Spaziergang?